Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villes. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergenädigsten Herren, so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch.